moin moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen weiteren folge von have a nice dance nicht day oder so wie ich das aus Versehen nochmal sage so wir haben jetzt drei stunden gespielt aber das letzte mal am 15 mai och man das schon wieder fast monat her och man no fünf runden haben wir schon gemacht und da kann man wieder nach einem nach einem langen urlaub bin ich wieder da wo ich bin wo ich bin wo ich bin so was war das nochmal versuch nummer fünf gescheiter vip wird das hier nix wird das nochmal unser bäumchen wird wird das normal was wir bisher freigeschaltet haben was war das sachen zum kaufen aber wir haben gerade im moment nix mit 100 prozent rabatt also kaufen wir auch nix ja dann direkt rein würde ich sagen ich bin mal weg was ist hier mit drohen ach so dass die schwierigkeit wir kommen zum fahrstuhl des schräg nein joseline ich verbiete es nicht auch dieses jahr aber du weißt dass ich gut bremsen kann zu schade ich bedauere dir mitteilen zu müssen dass ich hiermit meine kündigung einreichend was war ich dann ohne fahrstuhl was warte mal das kannst du mir nicht antun oh ja das kann ich ich kann und ich werde ich bin diejenige die die verträge schreibt weißt du egal an und witz chef du hast unter deinem umhang gezittert sehr clever und es ist halloween joseline nicht der erste april mach was du willst besiege den ersten dann kriegt man jetzt irgendwas was war das neu würfeln das ist ein fragezeichen verliere alleine 20 schaden wir nehmen kann sein dass ich jetzt echt schlecht wieder bin du kannst du mir mama 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 weil ewig nicht mehr gespielt also wir könnten jetzt hier dinken geduld sendseil das haben wir noch gar nicht glaube ich das sendseil fenster und düster nein das bedeutet nichts ich kann mich nicht daran erinnern ich kann meine eigene schrift nicht lesen fensternis verborgenheit schatten ich rufe deinen namen ich sehe dich ich beschwöre dich was ist es alles klar ich weiß dass es ein feiertag ist dennoch beruhige dich bitte was ist das für ein lied du hast mir einen schrecken eingejagt mit das hier nun eigentlich ist es eher eine beschwörung aber das ist alles was ich sage ja wir sind schon bei 49 millionen wirklich du interessiert sich für magie ich wollte das ende des rettuals nicht vorweg nehmen ist das hier du wirst schon sehen die machen mich noch wahnsinnig wahnsinnig geist das ist geist kann ja auch gedrückt halten schön schön was ist das also wenn ich den zurück bringe wie war das mit daschen nein was war das wie war das mit daschen nochmal ah genau so in der steuerung wieder kennenlernen ne gut guten tag oh schon zwei säcke ich liebe säcke ja hier ist nix lolololooo so was kriegen wir denn äh die luftangriffe des fensterer ausrüstung verursachen 35% schäden durch tränken brennen verursacht schaden über zeit verbrennt sich fügt einen effekt zum angriff hinzu zum angriff allgemein also wir halten dann brennen oder haben wir jetzt feuer klingel schu dillero 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 das ist so jo jach hat ver Na 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 Ey Oh Will Könntest du mir Hallo was steht da Könntest du mir einen kleinen Hinweis über dieses Ritual geben Dass du auf der Halloween Party durchgeführt wird Patrick hat mir eine winzige Vorschau gegeben Und Quinn hat gemeint dass es eine Überraschung gibt Pum, wann haben sie dir das erzählt? Gestern? Äh, nein, äh, gerade eben, in meinem Büro, also, sie waren verkleidet. Oh, das ist merkwürdig, wir waren den ganzen Morgen zusammen, sie sind gerade erst gegangen. Wie auch immer, ich weiß nix über ein Ritual, eigentlich muss ich ein paar Reparaturen machen, der Blutbrunnen funktioniert nicht und wir wollen nicht, dass die Leute hungern. Blutbrunnen? Meinst du nicht ein Schokoladenbrunnen? Blut, Schokolade, Tomate, Mayo, ich bin ein Ingenieur, kein Koch, ich kann nicht alles wissen. Ah, haben wir ihn verarscht? Wollten wir an Informationen locken? Was ist jetzt? Ja, die brennt. Oh, geil. Dass die brennen ist gut, oder? Wuh, 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 wuh. Tschüüü. Was kennen wir? Auch Schuhe? Au! Die Pfeile brennen jetzt auch? Also alles brennt. Ist eigentlich gut. So hat er so unser Schatz. Lalalalalalalalalala. So, ja, wir gehen natürlich zum Boss. Mannamannamannamanna. Kann ich da hoch? Ja, aber hier ist nix, ne? Ja, lass mich da runter. Oh shit, jetzt wurde ich getroffen. Du Dreck sauf. Ich hab ihn vorher schon gesehen, aber ich wollte ihn nicht wahrhaben. Oh Mann. Der Hausmeister. Oh shit. Oh, 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 oh. Hä? Hä? Hier, hier. Aua. Sein Schaumsauger ist kaputt gegangen. Scheiße, ich war richtig überfordert ein bisschen. Die Luftangriffe kennen wir schon. Die ersten Waffenaufwertungen aus dem Kontrollraum sind fast gratis. Na mal. Jeder Sprint verbraucht Mana. Phantom drehen sich länger. Wer auch immer Phantom ist. Bitteschön, Ser. War da noch was? Bing bong. Nimm wir dieser Anime. Äh, geben wir Ausrüstung, ne? La 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 la. Guten Tag. Okay, das sieht doch alles hier verdächtig aus. Okay, ich muss mich glaube ich heilen. Also mit dem Ausweichen bin ich gar nicht drin. Wer war da denn? Bin ich gar nicht drin. Ich krieg viel zu viel auf die Fresse. Ich bin mal gespannt, wann ich Geheimräume finde. Also hier zum Beispiel, das könnte doch geheim sein. Feuergeist. Oder hier. Da! Da war wirklich was. Da war ein Schild. Da war wirklich tatsächlich... Zum ersten Mal ein Geheimraum und wir haben nichts am Heilen. Wir brauchen eigentlich was am Heilen. Oh. Aber jetzt wissen wir wenigstens schon mal, wie das aussieht. Dann schwenke ich gegen so eine Wand und dann kommt so ein kleines Schloss. Der Moppelkreuz. Das ist ein Zauber. Da Moppel, das. Hui. Ich gehe, ich gehe, ich sterben. Man, na, 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 na. So. Verkaufen wollen wir nix. Hallo, sir. Groß, hallo. Ich weiß nicht mehr, wie die anderen Stimme waren, aber so wie er aussieht, redet er so. Wie wäre es, wenn du mich für einen Energieschub hochhebst, bevor die Schau anzeigst? Oh ja, meinetwegen. Bei all den Trübel, Trübel. Habe ich dieses unsinnige Ritual komplett vergessen. Oh, sie machen dieses Jahr ein Ritual, wie? Oh, mein Ding ist runtergefallen. Klingt cool. Man kommt zusammen. Ist schön. Hat Spaß. Eine gute Idee. Ja. Aber ich sorge mich etwas um die Überraschung, an der das Team hinter meinem Rücken arbeitet. Irgendwas ist da faul. Das kannst du laut sagen, Chef. Es ist alles schräg, weißt du. Außerdem bringt einen Mann das Fischen bei und so. Manchmal muss man einfach einen Schritt zurückgehen und hoffen, dass man ihnen genug Weisheit vermittelt hat, um allein auszukommen. Füllt fehlende TP auf mit Verletzung. Also komplett Fuhl. Ein Hinweis. Wie reizend. Enthält Fluch. Beides können wir uns leider nicht leisten. Also heilen, glaube ich, wäre schon wichtig. Heilen, glaube ich, wäre schon echt wichtig. Das hat nur meine Verletzung geheilt. Och man. Wie viel kriege ich dafür? Na, reicht alles. Hier, was ist mit der Katze denn? Miau. Miau. Bang, bong. Ja, dann. Mal gucken, ob ich ihn schaffe. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Wie ich es früher mal war. Guten Tag. Du gehst zurück zur Arbeit. Schon zurück? Chef, das ist lächerlich. Siehst du nicht, wie leicht ich dich hochheben kann? Dann sollte es nicht zu schwer. Dann sollte es nicht zu schwer, es es nochmal zu tun. Oder? Ansonsten wissen wir alle, was es bedeutet. Ich bin tot. Ja, also. Einfach schlecht. Einfach schlecht. Das war einfach schlecht. Einfach, einfach, einfach kacke alles. Ein bisschen Kohle-Mohle. Kohle-Schole. Ah man, ich war richtig kacke heute. Es tut mir leid, Leute. Ich muss erst mal wieder komplett reinfinden. Aber hey, der Laden könnte einen gegenstandenden Angebot haben. Er könnte. Ich muss erst mal einen Kaffee trinken. See you later, Alligator. Und lass ein Abo da. Wir doch nennen eine Welt Voll von Geheimwissen umhält Entschuldet heißt das Spiel Das uns fesselt ohne Ziel Ohne Ziel Entschuldet, dunkelmacht Wir kämpfen Tag und Nacht Durch die Schatten, durch das Licht Der Glück leitet uns im Kampfgesicht Wir fahren, lauern überall Doch wir trotzen jeder Qual Mit Mut und Stärke gehen wir voran Immer auf der Suche nach dem Plan Die Rätsel sind verschlungen Doch wir bleiben unbesiegt Gemeinsam sind wir stark In dieser wüsten Welt erwählt Entschuldet unser Spiel Für immer bleiben wir hier treu Gemeinsam meistern wir die Schlacht Bis zum Ende dieser dunklen Nacht Bis zum Ende dieser dunklen Nacht Entschuldet, dunkelmacht Wir kämpfen Tag und Nacht Durch die Schatten, durch das Licht Bleiben heute Geht uns im Kampfgesicht Oh, falsches Lied Oh lol, falsches Lied Und, oh nee Und, oh nö Was war da denn für Müll jetzt hier Kein Wunder, dass der Tod hier Also, durchgedreht ist Natürlich kein Entschwude Oh, sorry Jetzt aber Ja, das ist ein Aura Ja, das ist ein Aura Ich muss ordnung wiederherstellen Zeigen, wer hier regiert Mit meiner Sense bewaffnet Bin ich vorbereitet Heaven, I said Wir sehen uns auf der anderen Seite Verlust wiederherstellen Keine Notsinnigkeit Sie zu verstecken Sie zu verstecken Sie ernerven Die Verlust werden Zeigen, wer hier regiert Geht Mit meiner Sense Ich verwaffnet Bin ich vorbereitet Heaven, I said Wir fühlen wir Wir sehen uns Auf der anderen Seite Verlust wiederherstellen Keine Notsinnigkeit Sie zu verstecken Sie zu verstecken Sie ernerven Die Verlust werden Zeigen, wer hier regiert Wir sehen uns auf der anderen Seite Wenn uns wiederherstellen Keine Notwendigkeit sich zu verstecken Seelen ernten, die vorangegangen sind In diesem Action gelassen Die Spiel sind verfeit Vereint Wir sehen uns auf der anderen Seite